herzlich willkommen zum türchen nummer 11 im knotenlösen adventskalender rund um das thema bedürfnisse heute geht es um das thema beziehung das bedürfnis nach beziehung bevor wir da einsteigen nur kurz noch mal die information du kannst hier ein gratis kurs gewaltfreie kommunikation besucht trage ich dafür einfach unten in den link ein oder auch im gewinnspiel teilnehmen ich verlose diesmal einen großen online kurs eine zwölfmonatsteilnahme oder auch als zweiten preis gibt es das neu aufgenommene hörbuch von mir die neue gewaltfreie kommunikation oder wenn du das lieber hättest eine mitgliedschaft für ein jahr im gfk club die infos dazu findest du auch unten brauchen wir beziehung eine komische frage ich meine es eigentlich selbstverständlich und alles was wir erstmal so als selbstverständlich und absolut essentiell wichtig für unser leben betrachten ist natürlich meistens das was wir als bedürfnis bezeichnen und so wie ein baby schon eine beziehung braucht und auch aufbaut natürlich ganz am anfang erstmal sehr wahrscheinlich zur mutter so brauchen wir erwachsene auch eine bestimmte qualität von in beziehung sein sowohl mit uns selbst aber natürlich auch mit uns nahen und vertrauten menschen mit denen wir uns wohlfühlen die uns die uns spiegeln die uns verständnis geben mit denen wir uns austauschen mit denen wir erleben dass ich nicht einsam und alleine hier auf der welt bin sondern andere menschen bei mir sind daran merkst du natürlich schon das ist schon auch sehr eng verbunden mit dem thema zugehörigkeit und hat natürlich beziehung noch mal eine andere qualität von nähe und vertrautheit und wenn es um das thema partnerschaftliche intimität liebesbeziehung geht geht es natürlich auch in den bereich über der unser überleben sichert ja durch lebenspartnerschaft durch sexualität sichern wir als menschheit unser überleben und daran merkt man natürlich auch schon dass das thema beziehung sehr nah an wirklich essentiellen bedürfnissen liegt so in dieser hinsicht würde ich also auf jeden fall sagen haben wir alle ein bedürfnis nach beziehung aber und das ist auch eine erfahrung die ich häufig mache dass man kann auch beziehungen sehr schnell als strategie verwenden die eigentlich andere bedürfnisse sicherstellen sollen so angeklungen habe ich das gerade schon gesagt wenn zum beispiel eine beziehung dazu dient dass ich keine einsamkeit fühlen möchte also dass dieses die präsenz eines anderen menschen den ich wie als selbstverständlich in meinem leben achte schützt mich davor zu spüren dass ich als individuum aber per se natürlich isoliert bin eine gewisse einsamkeit habe ja und das ist natürlich eine dann eine frage ist diese beziehung die ich dann habe ist es das bedürfnis was ich mir erfülle schützt mich eigentlich nur der kontakt die beziehung zu dem anderen menschen davor das nicht zu spüren und dann wäre das dann wäre beziehung eine strategie für ein anderes bedürfnis das kann auch noch natürlich andere themen berühren wie wenn ich so mein selbstwert meine selbstsicherheit nicht in mir finde weil ich da zu viel verletzung erfahren habe zu wenig unterstützung bekommen habe und das ist natürlich nicht leicht zu unterscheiden das muss man dann im einzelfall anschauen aber ich finde es wichtig sich gedanken zu machen wo ist in mir das bedürfnis nach beziehung als qualität erfüllt die ich einfach als mensch brauche unabhängig davon wo ich einsam bin allein bin sicherheit erlebe oder nicht wo ich einfach spüre dass es das was ich brauche um gut und sinnvoll zu leben und wo nutze ich vielleicht die anderen menschen gerade auch in nahen beziehungen für andere themen in mir die ich nicht anschauen möchte die ich nicht klären und heilen möchte das als anregung für heute vielleicht ein bisschen herausforderndes thema für das elfte türchen vielen dank dass du wieder da warst und freue mich auf morgen wünsche dir einen ganz schönen tag bis dahin tschüss ja 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 ja